Unser Boris Becker, ein Möbe, bist du im Tennis spielen, Ryan? Dann nochmal, zeig mal, wie du das Tennis spielen willst. Gut, und jetzt auf die andere Seite. Gut, zuhause machst du das. Ah, die Mama muss mitspielen, gut. Also, und los. Wo ist denn der Baller? Wir brauchen doch einen Baller. Kannst du öffnen, wie du bist? Du darfst ja anfangen. Das Spiel hat er noch nicht ganz begriffen.